So, die erste Fahrt zum Rhein-Gemächte. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier jetzt vorab war und wie wir abhängen müssen. Jetzt müssen wir noch nicht passen, erst mal nachfahren. Dann halt den Leben über die Fußgängerung. Hier ist wie üblich das Gefahr nach Verkehr. Hier stehen sie auch. Dann kommen wir weiter. Ich weiß, dass es gar nicht so ist, genau. Denkst du immer schon fahren. Ich gebe euch jetzt an den Abstand. Ich habe das auf dem Abstand. Wir gehen bei uns an den Abstand. Wir gehen weiter. So, hier ist die Pässe. Okay, auf der Umwegspiel. So, hier ist die Pässe. Das macht Spaß. Da vorne ist einer der Rücken. Macht sich vom Hacker. Na, ist das fertig. Wahrscheinlich kriege ich jetzt immer eine blöde Welle, oder? Ja, nicht ganz. Ja, ein ganzer Fahrrad. Oh doch, ja. War wieder aufgestimmt. Wahrscheinlich das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, dass man ein paar Büsse kommt. Die Leute scheinen sich ja tatsächlich alle dran zu halten. Das macht Spaß. Das hat der Grünphase. Ich glaube, ich komme als Fahrrad hier durch bis zur Höhe. Das ist gar nicht so. 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 Das war's für heute. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Hier ist ein Haverhandel, wenn hier ein Kuhn gibt. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Gut, da ist der Fahrer. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Hier ist der Kuhn in der Kuhn. Die Lampenklänge hier ist nach wie vor ein bisschen überwachtungsbedürftig. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Vielen Dank. 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 Okay, jetzt kommen wir auf den Weg zurück. So angelegen, dass es auf dem Hinweg war. Das ist unangenehm. Okay. 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 Later. Okay. Okay. Schau, schau, schau. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020